Guten Tag draußen an den Geräten, mein Name ist Martin Sonneborn, ich bin der Bundesvorsitzende von die Partei. Von der Partei? Nochmal. Guten Tag draußen an den Geräten, mein Name ist Martin Sonneborn, ich bin der Bundesvorsitzende von der Partei. Nein, es muss anders heißen. Guten Tag draußen an den Geräten, mein Name ist Martin Sonneborn, ich bin der Bundesvorsitzende von der Partei, die Partei. Wir haben uns gegründet, um die Macht zu übernehmen, erst in Deutschland, dann in Europa. Ich sitze jetzt als Mitglied des Europäischen Parlaments in Straßburg und in Brüssel, wie ich das gleichzeitig mache, weiß ich auch nicht. Nebenbei bin ich noch Herausgeber des Faktenmagazins Titanic, da können Sie eigentlich alles Wichtige nachlesen. Ich denke, 4,50 Euro im Monat sind kein schlechtes Angebot für die Hintergrundberichte aus Brüssel, die wir dort liefern. Das war's, ich glaube, die Zeit ist um. Drei Sekunden haben wir noch. Eins, zwei, drei. Ich verabschiede mich von Ihnen hier aus dem Internet, alles Notwendige können Sie eh nachlesen. Also die Älteren unter Ihnen, die noch Text verstehen und nicht gleich auf die Videos zugreifen. Und ich möchte Sie bitten, jetzt die Kamera an Ihrem Computer abzukleben. Wir können das ganze Elend da draußen nicht mehr sehen. Dankeschön, gute Nacht und auf Wiedersehen.